Jut Leute, ich dachte ich mach nur mal ein Lucky, ich dachte ich mach nur mal ein Lucky, Blockpart? Jo. Mal sehen. Du hast uns diesmal erwartet. Jo. Moment. Irgendwie ist das so eine Pfanne bei Einstellungen. Deswegen lag das so. Ob es ja nicht immer das unterbrechen kann. Cannonball Punch nicht. Ob es ja nicht so auf das abgeschossen wird. Okay. Ich habe schon mal Probleme herausgefunden, warum das hier, so gesagt, den Civilizer ich das habe. Okay. Wir kriegen irgendwelche Pfanne geschenken. Die aber an sich aber viel aussehen. Oh Gott. Ich habe die Blase und sch합니다. Ich habe auch das hier im Verbrechen. Ich habe mich nicht mehr. Sorry, ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr da. Hey, ich habe mich nicht mehr da. Ich habe mich nicht mehr da. Ich habe mich nicht mehr so aufgeregt. Ich habe mich nicht mehr da. Diese Kanne-Volle sind bei den so. Okay. Locki. Moment mal. Koffen wir mal aus. Schönen wir uns? Augenblick. Schönen wir uns? Mach mich der Ende von mir rein. Dann gehts so weiter. Ach, die hat mich. Die hat mich fertig. Wieder plus ein mit Lappen. Dann werde ich das mal in der hier. Ich muss gucken, was jetzt nicht oben kommt. Dann wird wieder nachsehen. Schöne. Okay. So, es kommt nicht so. Verstehe. Wir können ja die Spieler wieder nicht entdecken. Okay. Wir haben irgendwas bekommen. Oh, sie muss ich mal schlagen. Okay, sehr schön. Wir bekommen Sussigkeit. Wir sind nicht schlecht. Wir sind nicht schlecht. Aber wie sollen wir hier nicht raus? Wie sollen wir hier nicht raus? Wie sollen wir das in der Kiste ran... Wie sollen wir die Kette fissen? Aber okay. Okay. Wie soll ich flotte ich denn hier? Ich muss rein. Kommt der schon? Angriff! Nee, tut. Ich muss nicht loswerfen. Nee. Moment, ich muss das rein. Dann haben wir noch ein Loch. Das ist gut. Okay. Ich bringe noch einen neuen Lucky Loch. So, was das auch sein mag. Ich lasse mal hier spüren, weil... Ja, würde ich sagen, wie ich die abfeuern tue. Nee. Juuu. Wollen wir gehen? Ich würde gerne wissen, was da oben ist. Was da irgendwo sein mag. Ja, ich würde gerne wissen. Ich würde gerne wissen, was da... Wir haben ja könnte nur um meine Rundtasse schubsen, Alter. Ich würde wissen, was da oben ist. Na das tut, ist doch schlecht jetzt. Das ist doch so schlimm. Du wirst, was du hier wissen. Ich würde sagen, was da oben ist. Ich würde da oben wissen, was da oben ist. Ja. 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 Jetzt haben wir noch das Maul. Jetzt ist alles anzulecken. Und das ist Living Cannonball. Wir müssen jetzt mal ein bisschen kippen lassen. Wir müssen jetzt mal Damage anrichten. Wollen wir jetzt die andere Seite sehen. Wir müssen jetzt sein. Ich komme wieder her. Ich bin wieder einfach nur noch nicht. Ich bin doch einfach nur. Wir sind doch nur beschissen. Wir sind wie wir wissen. Wir sind doch auch die Wachtel dahin. Ich kann zwar nicht spawnen. Ich kann es zeigen. Wir wissen, wie es unbefindet. Die Frau, die Kampfer wieder geben, Alter. Das war aber... Das ist ein bisschen zu tief. Ja. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh im Moment, hier geht es wieder. Okay, jetzt sind wir oben. Oh scheiße. Befreundlich, Reaper. Okay, dann drücke ich da raus. Ob der wirklich freundlich ist. Bist du freundlich oder bist du böse? Ich muss überraschen. Ja, ist eindeutig großartig. Zauber rein. Okay. Alles klar. Nein, ich lache dich nicht. Solange du bist, lieber so hochkriegst. Ja, ich lache dich nicht. Wir werden nicht verlassen. Ja, klar. Das hört mir immer noch. Aber irgendwie geil, muss ich sagen. Irgendwie findet damit völlig super, Leute. Ja. Ich könnte ihn jetzt attackieren, aber... Das hört sich auch. Ja, ich lache dich nicht. Ja. Ja, er ist wirklich folglich. Wartest du? Ja, du bist ja auch nicht... Ist ein Spielverlust, ey. Das ist ja irgendwie hinter... hinter... hinter den Rachen hier verlieben. Anders Qubi! Moment. Okay. Jetzt sind wir hier schon entkommen. Oh, das haben wir verliebt. Danke, danke, danke. Dann die Rache verliebt. Hahaha. Ja,idi mal erwirken. pmgmgmgmgmgmgmgmgfsdfv... Schwerylaultw Diese J Explologie sind aufgeteilt worden. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, okay. Dann sind wir hier die Sch***. So, wir haben uns an den Traum. Mahlzeit Jut Jut Ok Ok So Jut Ok S Ok 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 Ein Lucky Power. Was soll das heißen? Lucky Block, was soll das heißen? Lucky Power. Naher. Alles klar. Okay. Verstehe. Ist das mein Bindel Tower? Ein, sag ich erstmal, so ähnliches Informations-Rezeptions-Touristengebäude. Aber schick schick. So. Ohne Revealer. Können wir auch mal gleich ausprobieren. Dafür sind wir nicht drin, Alter. Können wir auch? Die ist besser, was drinne. Die Glas oder so? Okay. Der hat eine Glasplatte. Wollen wir mal. Irgendwas zu holen, Lucky Block. Was hat das zu bedeuten? Okay. Jetzt muss irgendwas bleiben oder explodieren. Es explodet nichts. Oder ist das zu bedeuten? Ja. Ja. Wir müssen uns nicht abspielen, weil... Weil ich ja gar keinen Toten habe. Gut. Oh shit. Oh shit. Ich weiß schon, was das hier ist, Alter. Aber ich setze mich nicht richtig an, ne. Bis jetzt, liebe Leute, bis jetzt. Das ist doch noch ein Lucky Block. So. Sehe ich von hier nicht. Wir müssen jetzt kurz nach oben bauen. Moment. Das ist doch... Ja, da oben ist auch eh nach... Aber dann kriegen wir jetzt nicht gegen die Gürtians anlegen, ne. Okay. Habe ich sowieso seit das mal nicht nötig. Ja. Dann musst du auch diesen Schalter searchen. Ähm. Ja. Moment. Lucky Block. Okay. Sehr viel Zauber im Winter. 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 Oh, 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 ich kenn das. Ich werde die Gruppe schafft, wer ihr hier sehen. Also komm jetzt irgendwie nicht mehr raus, weil... Ich fühle jetzt. Wir brauchen eine Spitzhacke. Wir können uns schnell mal hier nachholen. Guck mal los. Wir müssen zum Schmuck hier loswerden. So, Moment. Okay. Jetzt gehen sie mir in den Braustand. Jetzt gehen sie mir in den Braustandpfeiler. Jetzt gehen sie mir in den Braustandpfeiler. Ich fühl doch einfach nur. Ich fühl doch einfach nur raus. Nein, kracht. Also nein. Ich fühl hier raus. Jetzt müssen wir doch explodieren oder so. Aber ich muss alles gut wieder kaputt klöppeln. Warte mal. Dann lassen wir jetzt mal auf die Ende Variante ein und klöppeln alles gut wieder kaputt. Genau. Und das habe ich jetzt keine Wahl. Die ganzen Sachen, die für immer nach sich zugewerbt, ausdrücken können. Wenn wir den Spitzhacke erschaffen können, ja. Lass mal die Sache mal Sachen bleiben. Wo man da mehrfach Lucky hat. Okay. So. So. Okay. Ich habe irgendwie ein Babyskip. Schönes Ding. Schönes Ding. So gefällt mir das. Hehehe. Ja. Der liegt hier so weit dahinter. Was ist das? Mr. Fundaman. Okay. Dann lassen wir Mr. Fundaman bleiben. Und dann Snatch 2 tun Pumbain auch nichts. Genau. Wir haben Mr. Creeper. Friendly Creeper. Genau. Wir haben ihn auch einfach gestillt stehen lassen, weil er nichts gemacht hat. So. Okay. Jetzt haben wir irgendeine Hosen bekommen. Verstehe. Ähm. Ja. Genau. Logisch. Hahahaha. Schafeli mit einem Diamantblock verschwinden. Alter. Oh voll krass ey. Dazu mein, dazu sage ich jetzt mein Achel hier. Alles klar. Wie ihr sagt, ich kann 120 Minuten spielen, weil das mehr PC Leistung verbraucht. Ja. Wow. Eindeutig enemy. Ghost Hostman. Und der schießt irgendwie brennende Pfeile, also verbruschen wir uns mal ins Wasser. Da kann uns wenigstens kein Teuerschaden verursachen. Okay. Jetzt sind noch meine Nächsten. Moment. Oh. Hier ist Jigsaw Killer Box. Seid ihr damals immerhin. Alla. 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 Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Wir können jetzt eine A sein. Wir können jetzt gleich tief gehen. Machen wir jetzt umdoppelig zu lange. T. Da steh ich. Game Mode 1. So und tschüss. Tschüss. Tschüss, Jigsaw Killer Box. Tschüss Ellie. Warte, Tschüss Ellie. Nicht Hallo Schi. Na, brauche ich doch nicht. Hey. Hallo. Ich hab heute mal tot. Ey, ich hab äh. Komm mir wohl verarschen. Der läuft einfach. Den dazu, wie ich die abkriebe oder was ey. Hab das mit äh. Ne, 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 ne. Also das machen wir auch nicht gleich. Ich hab äh. Ich hab äh. Geht gut, Leute. Ist das wirklich? Die Zähne mache ich noch schnell kaputt. Alles klar. Ich soll jetzt nur wegen Vollblock nach oben. Ha. Das denken aber nur die, Alter. Okay. Okay. Ich hab's ja mal gebraucht. Ich hab' ja gleich hier mit Diamantblock hier auch. Ja, den blöden Goldblock machen die mit Wolle und hier mit äh. Kann man sehen, wie weit Diamant gegen Gold ist, Alter. Den mache ich hier noch Schrott. Dann hab ich meinen ganzen Stag hier verbraucht. Oh oh. Aaaaah noiii. Das ist doch die richtige Erde, oder nicht? Okay. Warte, wir will gleich dauern. Jo. Und ich weiß nicht, was das war. Das ist doch ein bisschen nicht all sein. Ich kann jetzt hier nie sowieso alles wiederholen. Vielleicht läuft das jetzt einfach unbericht. Wo war das denn hier? Also, ich will ein bisschen durch den Blockfahrer. Das muss ja ein Schwerkraftmäßiger sein, ja. Das sei denn, es gibt auch hier einen Stein am Schwerkraftblock. So. Ich komme, Items. Ihr werdet mich sofort wiedersehen. Obwohl das hier ein bisschen lecken tut. Ich weiß ja schon warum, weil ich meine 20 Minuten schon auch im Raum. Oh shit. Ja, also so viel Sand können sie auf alle Fälle nicht besiegen nehmen. Das ist so möglich, ja. 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 Ja, ja. Hum. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Ja. Doch, also der Block hat diesmal was für herbergt. Ein Zombie wäre es im Block davon machen. Ich kann mich später angreifen. Ok, ne Schenzo. Wirklich? Das ist wirklich ne Kettensäge? Epic! Ich will die Kettensäge hinhaben! Nur wieder Jungs sind Trash hier drin, Alter. Gut. Nein, Trash! Verkusch dich! Ok. Man sagt eigentlich nie zu Minecraft Items 12 Spider-Gay. Das ist einfach unhöflich. Die Lucky Vlogs haben dir das geschenkt, Mensch. Ich weiß. So, hier den vorletzten. Und nun kommt der letzte Block. Komm! Nicht hier lenken, Alter. Schaf auch ab. So. Nein, Zombie. Ich will den Block setzen. Du kannst später Nerven gehen. Ja. Komm schon. Den letzten Block. Ok, den letzten kann ich nicht setzen. Der ist mir verworfen. Der ist mir verwehrt, liebe Leute. Dann ist das nun mal so. So. Jo. Wie es weiter geht, sehen wir mal in dem nächsten Part. Wie ihr sagt, die PC Leistung ist ja extrem erfindlicher als bei Hexit. Also wollen wir den PC erstmal die Ruhe gönnen. So. Die Zombies wollen den letzten Block für sichtbar halten. Dann sollen die eben. Kann man willkommen wieder ins Deck holen. Dann sollen die aufhören. Also bis dann. Tschüss. Vielen Dank.